In diesem Video möchte ich Ihnen unsere C-Mount Objektive mit E-Focus vorstellen und Ihnen aufzeigen, welche Vorteile Ihnen dadurch im Bereich der industriellen Identifikation entstehen. Mit unserem einzigartigen industriell nutzbaren E-Focus Objektiv eröffnen Sie sich eine große Anzahl an neuen Anwendungsgebieten. Durch den elektrisch steuerbaren Fokus können Sie auch ohne aufwendiges Umrüsten schnell und flexibel auf unterschiedlichste Produktvarianten reagieren. Durch die hohe Robustheit des Objektives und eine industrietaugliche Anzahl an Fokussiervorgängen können Sie diese Technologie problemlos in der laufenden Fertigung von Produkten mit unterschiedlichen Abmessungen einsetzen. Doch nahezu verschleißfreies Umschalten erfolgt die Fokussierung auch nach langer Zeit noch mit höchster Genauigkeit. Intelligente Sensorik, welche die Temperatur im Objektiv erfasst, ermöglicht auch bei variierender Auslastung der Kamera oder schwankenden Betriebstemperaturen einwandfreie Leseergebnisse. Darüber hinaus ermöglichen Ihnen die einzigartigen, kosteneffizienten C-Mount Objektive der Simatik MV 500 Familie eine hohe Abbildungsqualität und Lichtstärke bei kompakter Bauart. Dies erlaubt den Einsatz der Kamera auch bei hoher Objektgeschwindigkeit und großen Objektentfernungen. Somit muss zum Beispiel ein Fertigungsband nicht für eine getaktete Lesung gestoppt werden. Die Lesung erfolgt in Bewegung.